Wir haben 90 Minuten einen überzeugenden Auftritt gesehen. Wir hatten einen ganz, ganz kurzen Wackler mal vor der Halbzeit, aber ansonsten spielkontrolliert, mutig gespielt, Chancen kreiert. Absolut verdienter Erfolg. Ja, völlig richtig. Wir haben gut begonnen, wir haben uns viele Torchancen direkt in der Anfangsphase rausgespielt und dann mit dem 1-0 uns zu dem Zeitpunkt echt belohnt und müssen eigentlich schon das zweite oder das nächste Tor vor der Halbzeit machen. Und wie gesagt, dann geht es halt mit 1-1 dann etwas unglücklich in die Pause, aber ich bin total stolz auf die Jungs, wie sie dann reagiert haben, speziell zweiter Halbzeit nichts mehr zugelassen haben, ein sehr stabiles Auswärtsspiel hier abgeliefert haben in der Situation, wo wir gerade drinstecken. Ich glaube, das ist immer noch ein Prozess, der andauern wird. Ergebnisse helfen und das war heute ein sehr, sehr guter Schritt.